Aktuelle Lage im Landkreis Vorporn-Rügen zum 14. April. Insgesamt haben sich bei uns 74 Menschen bis zum heutigen Tag infiziert. Davon sind bereits 46 genesen. 26 sind aktuell erkrankt. Sieben von ihnen werden stationär in einer Klinik behandelt. Zwei Patienten sind bereits gestorben. Wir verfolgen aktuell 143 Kontaktpersonen. Es wird sich diese Woche zeigen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Es ist anzunehmen, dass über Ostern doch etwas weniger Diagnostik durchgeführt worden ist. Die Zahlen der Neuerkrankten haben insgesamt weiter abgenommen. Dann bleibt es diese Woche besonders spannend, inwieweit politische Entscheidungen getroffen sind. Werden werden zur Lockerung der jetzt bestehenden Maßnahmen. Ich kann Ihnen nur meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die Politik sich vor allem an den Empfehlungen der jetzt vorliegenden wissenschaftlichen Aussagen hält und auch die mögliche Geduld aufbringt, die Wirkungen der Lockerungen abzuwarten. Vielen Dank.